Ach, das ist der Teppich-Sound, wenn ich rumlaufe auf dem Teppich. Ich habe gerade gedacht, was ist das für ein komischer Sound, hey? Ah, hier. Da war Munition. So, Licht an. Einfach so. Ähm... Da ist auch wieder ein Typ. Okay, da gehe ich gleich hoch. Weil da kommt ja schon wieder ein Ladedaten-Dingsbums. Äh, äh, wo ist er? Da ist er. Also, ich hoffe wirklich, Sie wissen, was Sie da tun. Nein, komm mit. Brauch schon mal im Dunkeln rumstehen. Ui, wie interessant. Schauen Sie sich das bloß mal an. Äh... Hammermäßig, was bist denn du für ein Forscher? Ui, wie interessant. Ein Autorisiert-Schild. Oder Autorisiert-Personen-Only-Schild. Nein, möchte ich doch jetzt gar nicht. Wer ist für diesen Schlamassel verantwortlich? Ich bleibe hier. Sehr gut. Ich bin dafür verantwortlich, aber das sag ich dir nicht. Wow. Noch so'n Ding. Hihihi. Ah, verdammt. Muss man ja ewig drauf ballern. Ich hab jetzt gedacht, ich schieße da einmal drauf und dann... ...stirbt der Dinger hier. Ah, der muss erst nachladen. Verdammt. Hupsi. Da ist Ladedaten. Irgendwie muss ich dieses Geschütz da oben ja ausschalten, sonst kommen die Forscher ja nicht da hoch. Die verrecken ja sofort. Ah, da ist noch ein Polizist. Ähm. Servus. Kann ich doch mal einen Satz fertig schwätzen. Hm, ich geh erst mal hier hin. Hm. Kam hier nicht dieser... ...G-Man? Oder kommt der erst später? So. Wenn ich jetzt hier hingehe, müsste ich doch eigentlich die Decke einkrachen. Ha. Bisschen Munition verschwenden. Hab ich ja noch genug. Guck. Kamen da nicht noch andere Viecher? Und wie komm ich da oben hin? Hey. Was ist denn der Geiz? Hätten die nicht gleich runterkommen können? Lalalalalalalalalala. Ich glaub, ich hab irgendwo noch einen übersehen. Kann das sein. So, jetzt ist es aber gut. Hm. Versteh ich nicht. Da muss ich irgendwie doch auch hinkommen. Da liegen Granaten und so ein Zeug rum. Ich hab die Sonne gebrochen. Ja. Nach der Arbeit. Muss erst noch ein paar... ...Sieße rufen. Upsi. Ich hab irgendwie... Da geht nicht kaputt. Nein. Ich nehm das Schrottgewehr. Ladedaten. Hä? Da. Wieder ne Ecke zu früh. Ladedaten. Ja, komm. Sehr gut. Da ist ein Zombiefiech. Zwei Stück. Was ist das jetzt für ein Krawall hier? Wieso hat der hier nicht bemerkt, dass ich hier wirklich scheu sei? Tja. Ignorant. So. Und jetzt da. Nein. Ja, komm. Alter. Was geht mit der Mucke ab? Oh, der kann ja bis da hoch rüpfen. Jetzt nicht mehr. So. Da war... Und der hier? Äh. Saugeil. Das mach ich jetzt, bis er tot ist. Bis er sich nicht ruhigt. Ah, jetzt. Greif erstmal die Headcrap an. Sehr schön. Spart Munition. Ich hab jetzt noch keine Ahnung, wo ist er denn? Da ist er. Hm. Vier Schuss und der ist down. Okay. Dann da lang und dann hier und dann bin ich im Kreis gelaufen. Ne, doch nicht. Aber hier ist noch irgendwo so eine Headcrap. Das komische Viech hat's übersehen. Das Ding muss hier hin. Wo ist die... So. Irgendwo muss noch eine sein. Faszinierend. Achso, ich komm ja nicht mehr da raus, weil diese komischen Türen immer so Einwegdinger sind. Los. Ich höre da was. Puh. Erwischt. Zum Glück. Verdammt. Ich komm nicht dran. Munition. Granaten. Hab ich denn da noch eingesammelt? Komische Sachen. Lagen da zwei Pistolen Munition rum, oder wie? Der hatte keine Knarre hier, oder was? Was soll denn das gehen? Ähm. Hä? Okay, einmal im Kreis gelaufen. Hm, der Dimensionsgraben überträgt definitiv organische Materie. Wenn du das sagst. Welcher Hebel war denn das nochmal für da... ... oben? Äh, nö. Da ist gar kein Hebel. Ah, ich schätze mal der hier. Kann ich das auch wieder anhalten, oder? Nö. Okay, das heißt, ich muss da warten, bis das Ding hier... ... in die richtige Richtung gefahren ist. Da führen wir uns jetzt erst mal wieder drei Kilometer außen. Um. Geh da hoch. Ja, ja. Was auch immer. Woh, beinahe runtergefallen. Hm. Egal. Dann renne ich halt nochmal ne Runde. Verdammt, das hätte auch gereicht, wenn ich die anderen zwei Dinger da oben eingesammelt hätte. Wir haben Zuschüsse gekriegt. Vor allem der labert immer nur, wenn ich da durchkomme bei ihm. Aber gut, Selbstgespräche und so, ist auch ein bisschen komisch. Energie jetzt auf. So. 590 Energie-Unterstützung. Bewegungsaktiviert. 100%. Was? Bewegungsunterstützung hat man erst bei 100%? Ist ja voll fies. Oh! Dich hatte ich vergessen. Leichter Schock. Energie-Unterstützung. Bewegungsaktiviert. 100%. Jo. Toll. So. Hier sind nur diese Viecher. Glaube ich. Hm. Ich hab nämlich keinen Bock, wenn ich jetzt hier rumhüpfen muss. dass mir da ständig irgend so ein Viech so ein Niveau an der Kopf kommt. Sehr gut. Ähm. Was? Jetzt quietschen die Kakerlaken auch noch. Sag mal, ist der zu blöd, da jetzt hochzuhüpfen, oder was? Äh. Ich glaube hier lang. Drüben gab's ja nichts. Nee. Gut. Ähm. Ja. Wieso baut man das so? Ist doch voll unnötig. Egal. Lade Daten. Okay. Nee. Kann gar nicht laden. Sonst ist das Viecher noch da, aber ich... Jetzt kommt's aber. Na hopp. Na also. Äh. Jetzt. Und gleich ist die Taschenlampe leer. Ja. Sehr gut. Ein Wissenschaftler gerettet, der ist... Glaub lieber nicht an Wunder und Hilfe von außen. Und verziehen die Aufzüge funktionieren nicht. Aber wir können immer noch klettern. Ja, Hammer. Wenigstens einen von denen jetzt hat gerettet hier. Wahnsinn. Man schlug sich mir mal diese merkwürdigen Zeichen an. Ja. Diese Wissenschaftler, die freuen sich über die komischsten Sachen. Der freut sich jetzt hier über diese wahnsinnigen Zeichen. Das ist alles. Aber hier war früher doch echt der G-Man gestanden immer. Wieso ist der jetzt weg? Siehst du aus, als würde sich das ganze Training auf dem Schießstand heute auszahlen. Oder war er da? Ich weiß es nicht. Hm. Da ist er. Quadratsschädel. Mit Stock im Arsch. Mann, Mann, Mann. 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 Hm. Hm. Ich dachte, vielleicht springt das Viech nach runter und kommt auf dich zu. Freeman. Wer hätte gedacht, dass die noch am Leben sind. Tja. Ich bin halt hier der Master, aber wie du hier stylisch durch das Fenster gekommen bist, hat er auch was. Verdammt. Na, durch die Tür komme ich nicht. Komme ich auch nicht durch. Was waren da drinnen nochmal? Haha, Granaten. Die benutze ich irgendwie viel zu selten. Deswegen liegen da noch 100 Stück. Krumm. Kommt da wieder welche vorbeigefallen? Nö. Achso. Weil der schon unten ist. Hey. Servus. Häng noch ein bisschen ab da oben. Ich komm. Brauch nur Anlauf. Achso. Ne, warte mal. Wie ging das nochmal? Also so. Schonmal nicht. Hä? Hab ich dieses komische Jump Pack da noch nicht oder was? Wow. Braucht vier Patronen. Das komische Zombie da. Äh. Ah, ok. Sind noch da. Hab schon gedacht. Boah. Ich kann nicht mehr. Ich? Viel länger. Jaja, ich bin gleich oben. Die Leitern sind nur komisch. Nein! Ah, wie ich diese Leitern hasse. Ich kann nicht mehr. Wie länger. Moment. Diesmal schaff ich's. Diesmal komm ich da hoch. hoch. Ähm. Das klang jetzt schon mal ein bisschen besser. Ha. 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 Puff. Hat der Aufschlag gefehlt, der bei mir jetzt kommt. Mann. Na du Idiot. Renn halt voll in die Schusslinie. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Viel länger. Dann hören wir seinen Todesschrei jetzt halt noch einmal. Wow. Das blöde ist nur, der war schon unten, als er erst mal angefangen hat zu schreien. Hm. Na also. Geht doch. Wow. Gordon Freeman. Der Hochsprungmeister. Mhm. Ähm. Toll. Und jetzt? Ah. Ja. Ja. Das stimmt steht jetzt direkt irgendein Viech vor mir. Feind in Sicht. Okay. Da vorne ist ne Mine. Wo kommen jetzt die Soldaten? Ich weiß es nicht. Alles klar. Ich weiß es nicht. Vielen Dank.